Freiherr Philipp Ludwig von Cannstein war brandenburgisch-preußischer Offizier. 1703 wurde Cannstein-Chef des Kürassier-Regiments 9, 1706 Chef der Eskadron-Gens de Ames. Leben Philipp Ludwig wurde als zweitältester Sohn des Hofkammerpräsidenten Raban von Cannstein und dessen Frau Hedwig Geb von Kracht geboren. Er war der jüngere Bruder von Karl Hildebrand von Cannstein und unternahm mit diesem eine zweijährige Grand Tour durch Holland, England, Frankreich, Italien und Österreich bis die Brüder durch den Tod von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, besser bekannt als Großer Kurfürst, nach Berlin zurückgerufen wurden. Philipp Ludwig war Herr der Herrschaften Cannstein, Schönberg, Neukirch, Blumberg, Eiche und Helmsdorf und verheiratet mit Ehrengard Maria. Geborene von der Schulenburg, seine Frau heiratete in dritter Ehe den Braunschweiger General Busso von Hagen. Das von ihr in der Kirche seines Wohnortes Blumberg gestiftete Epitaph regte schon Theodor Fontane bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu einer Beschreibung an.